Bei der Mitbohr hatten sich viele andere Sachen, die sich wegen der Rezwege wussten. Die erste Sache ist, dass die Heimschicht von der Maße über den Seifersche Maße geht. Ein gewisser Weg der Seifersche Maße ist ein langer Maße. Die Maße befindet sich zwischen den Seifersche Maße in Arangai und in Eretzisro. Die ganze Zeit befindet sich in den ersten Halb des Seifersche Maße. Die zweite Halb befindet sich die Heimschicht von den Seifersche Maße. Die Heimschicht von der Mitbohr gab es in ein bisschen Maße für die Probleme von der Mitbohr, die sich in den Seifersche Maße befindet. Nachdem die Heimschicht von der Seifersche Maße ist, die ganze Zeit von der Heimschicht und auch eine gewisse Heimschicht von der Seifersche Maße, dreht sich alles in einem Maße. Das ist die Maße von der Komisamischke. Die Komisamischke kommt mit den Halbogen, die Halbogen von der Karbohrn ist, die auf der Seife von der Heimschicht gelegt wird. Das kommt mit den Halbogen von der Haare, die sich in der Heimschicht umgelegt hat. Das ist die ganze Zeit von der Masse. In der Heimschicht von der Masse war die Masse von der Komisamischke, die geschehen in der ersten Jau, die in der Heimschicht war. Aber jetzt, der Rest von Seifersche Maße pickt auf, wie es das auch gelöst hat, erholt sich dort, zurück zu der Umgang mit der Mitbohrn. Und sie gingen weiter, die Masse von der Komisamischke von der Seine, die sie haben gebringt. Die Heimschicht, bis die Masse, die Masse, die verschiedenen Seine, die Masse, bis die Masse, bis die Masse, bis die Milchummesmammes hat die Masse, und die Masse, in der Saaf, die Masse, wie sie kommt mit der Saaf, man geht lieber dann, wo es hierher ist. Und jetzt, ich dachte, ich denke, das ist ein Masse, und das ist ein Masse, die Masse, noch einmal. So, bei dem Mitbohr endet sich, beim Schwel, wenn es ist, was man geht lieber dann, über die Feier schiehen, nochdem es ein paar Summaries auf die Eile Masse, das Regime von der Eile Masse ist, das ist aber alles connectet mit dem Masse, das ist der Ende der Masse, das ist der Einbeginn von Seifern bei Mitbohr. Der zweite Beginn von Seifern bei Mitbohr ist, man kennt sich eine ganze Seifern bei Mitbohr, die sagt, Parshis von Allochis. Man muss das Allochis von Uschams tun, Allochis von Nuzir, Allochis von Soite, Allochis von Chikas, von Puradime, von Sochem, von anderen verschiedenen Sorten Allochis. Das ist ein Bein, der Weg ist, wo man da umkriegt, kann man zwei Sorten, man kann sagen, du zwei Sorten mit mitzvotern, du mit mitzvotern, du mitzvotern, du mitzvotern, die Masse von Mitbohr, die ist gerade früher. Allochis von Mitbohr, wenn du verschiedene Allochis, sind zwei Sorten, du mitzvotern, man sieht die Klu, dass man mitzvotern connectet mit dem Masse, du mitzvotern, du mitzvotern, das ist die Mitzvot, die Mitzvot von den Siem, die Mitzvot von den Bekidem, wie sie erwartet, die Mitzvot sind nicht immer, das ist die Mitzvot, die Mitzvot sind nicht alle teuer, aber man sieht, es geht nachher an und das ist die Mitzvot. Ein paar Tauben, wo du die Mitzvot nicht mehr hast, das kann man verstehen, das ist eine Heimgeschichte. Die Mitzvot ist eine Heimgeschichte, die Mitzvot haben wir gesorgt, die Böe von Klu, ist eine Heimgeschichte. Das ist eine Heimgeschichte. Du mitzvotern, ist kein Heimgeschichte. Es ist keine Heimgeschichte, es ist dann mit mir, man kann es rief ein Ha-Schlummel ist, die Zellung ist teures Gewalt, die Zellung ist, die Zellung ist, sie wieder am Band sagt, die Zellung ist nicht teures, die Zellung ist, wenn es nicht teures Gewalt ist, ein Zellung ist. Verschiedene Sachen, wo es viele Dämmel gibt. Das ist der zweite Beginn des Seifers, das sind die Mitzwes. Der dritte Beginn des Seifers ist, was die Chazal-Riefen ist, dass man sich an Bekidem befindet. Bekidem heißt, Bekidem hat eine andere Rolle. Es gibt zwei lange Parchees von Bekidem, man hat schon mehr in Seifers. Der erste ist der erste Puhr-Parchees, der erste Puhr-Programm von Bekidem. Man hat sich das alles, wenn man es gezahlt hat, wenn man die ganze Zeit macht, wenn man die Machen, die Machen, die Machen, die Machen, wie viele von den Kahanen, von jedem Job, und so weiter. Das ist der erste Mal, noch ein paar Parchees Pinchers, und noch einmal. Dann hat man die ganze Zeit mit Knissen die Uhr, das heißt, man zahlt, man beugt, man macht die Militär, wie viele Menschen man hat, man weiß, wer ist der General, wie viele Menschen gingen, also warte. Das ist noch ein, wenn man die Chazal-Riefen ist, wenn man sich an Bekidem ist, das ist ein Beulet, das ist eine Sache, das ist ein Verständnis, und das ist ein Verständnis, und das ist ein Verständnis, das ist ein Zeilen der Jeden, das ist ein Zeilen, aber wenn man sagt, das ist ein Zeilen der Jeden, in einem Seidern, also wie eine Militärische Seite, jeder weiß, wie ich mache, nein, wie ich halte dich leh, er im De Mischkons, und andere sind Werte, das heißt, Seifra Weikru, er im De Mischkons, die Mitzvus er im De Mischkons, die Themen mit der Haare, was er im De Mischkons, und das ist auch, dass man mit dem Geist, der Meditär von Jeden, was er macht, sie weiß, Hashem, was er reinigt, er im De Mischkons, und jeder einer hat sich seinen Job, und seinen Tafgut, und seinen Platz, wie er auf Gait, und wie er fuhrt, Kaschachni, im De Mischkons, und das ist auch, dass wir einen gewissen Weg wissen, dass er in der Mischkons, dass er in der Mischkons, dass er in der Mischkons, in der Mischkons, in der Mischkons, jeden Stein in der Mischkons, und dass er Platz ist in jeder einer, und dann kommen die Mischkons, die Mitzvue, von Schlechtemain, die erste Mitzvue, noch an dieser Seite, und man sieht, die erste Huprocke, von der Mischkons, von der Pakete, und noch an der erste Seite steht, wie Schall, kann man er machen, den Kultus, und so, das heißt, das ist bei uns immer noch ein Weg, aber es ist bestimmt, es geht mit der Mischkons, dass wir Sander die Mischkons, und dafür wissen, wer wohin, wie, und die beiden Belangen in der Mischkons.